Transferstrategie, so will Real den Bayern-Devis wegschnappen Der mögliche Wechsel von Alphonso Davies zu Real Madrid wird seit mehreren Monaten heftig diskutiert. Der kanadische Linksverteidiger des FC Bayern stößt bei den Königlichen auf großes Interesse. Nur scheint es, dass der spanische Klub einen genauen Plan hat, um Davies nach Madrid zu locken. Die FC Bayern verhandelt derzeit mit Alphonso Davies über eine Vertragsverlängerung bis 2025. Aber die Kanadier wollen sich Zeit lassen, Entscheidungen zu treffen. Real Madrid soll schon vor längerer Zeit Kontakt zu Davies und seinen Beratern aufgenommen haben. Allerdings will der Madrilene laut Ispien nicht als Hindernis für die Pläne des FC Bayern dastehen, zu dem er gute Beziehungen pflegt. Deshalb will Real nur dann einen Wechsel wagen, wenn Davies seinen Vertrag bei den Münchnern nicht verlängert. In der spanischen Hauptstadt wird dann erwartet, dass die Bayern den Linksverteidiger für eine bescheidene Ablösesumme entlassen. Nur so kann ein ablösefreier Transfer im Sommer 2025 vermieden werden. Davies ist dem FC Bayern dankbar. Laut der Zeitung ist Davies selbst einem Wechsel nicht abgeneigt und fühlt sich vom sportlichen Projekt von Real Madrid angezogen. Gleichzeitig ist er bereit, vor einer Entscheidung ein endgültiges Vertragsangebot des FC Bayern abzuwarten. Der Spieler, der 2018 von den Vancouver Whitecaps zu den Bayern wechselte, ist dem Verein dankbar, dass er ihm damals so viel Vertrauen entgegenbrachte. Seit seinem Wechsel nach München hat sich Alphonso Davies zu einem der Top-Spieler seiner Position entwickelt. Seine Schnelligkeit und seine fußballerische Qualität haben ihn zu einem beliebten Spieler auf dem Transfermarkt gemacht. Obwohl seine Entwicklung in den letzten Monaten etwas ins Stocken geraten ist, ist er immer noch ein Spieler mit großem Potenzial. Er könnte bei Real Madrid eine wichtige Rolle spielen und viele Jahre lang die Position des Linksverteidigers bekleiden.